Wie kommen wir hin zu einer humanen, gerechteren Gesellschaft? Kapitalismus oder in Deutschland bekannt als die soziale Marktwirtschaft ist, gemessen an allen anderen Systemen vorher, das beste gesellschaftliche System, was die Entwicklung der Menschheit mit sich brachte. Es gewährt relativ große Freiheiten, Grundrechte, Möglichkeiten und Chancen der Selbstverwirklichung, den Rechtsstaat, demokratische Institutionen und Prozesse, wirtschaftliche Innovationen, Fortschritt und ein Minimum an Wohlstand und Solidarität. Es ist das aktuell beste oder anders formuliert, das am wenigsten schlechteste System, was wir haben und was wir kennen. Es ist der aktuelle Zustand der Gesellschaft mit all seinen Vor- und Nachteilen. Dennoch weist der Kapitalismus eine gewisse soziale bzw. gesellschaftliche Ungleichheit auf und es stellt sich die Frage, geht es nicht noch besser? Und wie kommen wir hin zu einer noch gerechteren, faireren und besonders humaneren Gesellschaft? Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Nicht erst seit der Corona-Situation geht die Schere in der Gesellschaft auseinander. Es gibt viel zu tun, viel Luft nach oben und wir sollten uns bei aller Bequemlichkeit und Ablenkung, die der Kapitalismus so mit sich bringt, mit dem Status quo nicht zufrieden geben und unseren Beitrag für ein besseres System leisten. Konstruktive Vorschläge im Sinne einer gerechteren, faireren Gesellschaft und im Hinblick auf mehr sozialen Ausgleich sind mehr als nur angemessen, wenn man über die folgenden Fakten ideologiefrei nachdenkt und wenn man sich die Frage stellt, könnte es mich auch treffen. Die Vermögen sind in Deutschland extrem ungleich verteilt und die Konzentration hat immer weiter zugenommen. Die reichsten 10% der Bevölkerung verfügen über 65%, das wohlhabendste 1% der Bevölkerung verfügt über mehr als 30% des Gesamtnettovermögens in Deutschland. 50% der erwachsenen Menschen haben so gut wie kein Vermögen oder sind sogar verschuldet. Wer arm oder armutsgefährdet ist, hat zum Beispiel zu wenig Einkommen, um die eigenen Grundbedürfnisse oder die der Familie zu erfüllen. Damit sind Chancen, Möglichkeiten und hohe Risiken bzw. Stress und gesundheitliche Faktoren verbunden. Absolute, relative und gefühlte Armut, Armutsgefährdung sowie Kinderarmut, Altersarmut oder Menschen, die Flaschen sammeln, sind weiterhin in einem so reichen Land wie Deutschland an der Tagesordnung. Die Folgen können Hunger, Durst, Wohnungslosigkeit sowie gesundheitliche Nachteile und soziale Ausgrenzung sein. Gleichzeitig und auch schon vor Corona haben wir in Deutschland fast 3 Millionen Kinder, die in relativer Armut aufwachsen. Menschen, die trotz Arbeit arm sind und noch beim Amt aufstocken müssen. Ca. 3 Millionen Erwerbstätige sind faktisch armutsgefährdet. Weitere 6,85 Millionen Bürger über 18 Jahre sind in Deutschland überschuldet. Und im Jahre 2021 bezogen 5,4 Millionen Menschen in Deutschland Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch. Armut hat auch psychische und gesundheitliche Folgen wie die Lebenserwartung und sozialkulturelle Ausgrenzung. Weltweit sind die Unterschiede noch größer und die negativen Effekte extremer und deutlicher. Zum Beispiel in Sachen Hungersnot oder Zugang zur Grundversorgung. Der Handlungsbedarf ist aus meiner Sicht deutlicher denn je und es bedarf im Kern einer weltweiten Anstrengung. Viele Menschen glauben ja, sie wären glücklicher, wenn sie immer mehr Geld verdienen würden. Ab einem Jahreseinkommen zwischen 80.000 und 100.000 Euro lässt sich kaum noch ein statistischer Zusammenhang zwischen mehr Geld und Zufriedenheit bzw. mehr Wohlstand und Lebensqualität messen. Das kann natürlich im Einzelfall sehr subjektiv sein. Es geht hierbei um Dinge wie Lebensmittel, Gesundheit, Bildung, Kultur und eine gewisse Grundversorgung sowie Absicherung. Man spricht in dem Zusammenhang von einem sogenannten abnehmenden Grenznutzen. Das heißt, es gibt einen Betrag X zu einem Zeitpunkt Y, wo es statistisch gesehen keinen spürbaren Nutzen oder Mehrwert mehr für den Einzelnen gibt. Man könnte auch sagen, bis zu einem Einkommen von 80.000 Euro hast du noch eine Erhöhung deiner individuellen Lebensqualität. Danach eher nicht mehr. Das ist so ähnlich wie, als wenn ihr euer Lieblingsgericht nur einmal im Jahr genießen könnt im Vergleich zu fünfmal pro Tag. Das heißt, es kommt ein Punkt, wo zum Beispiel das Teilen des Lieblingsgerichtes viel mehr gesellschaftlichen Nutzen hat als einen individuellen. Das Gedankenspiel lässt sich auf viele Güter und Dienstleistungen übertragen. Dieses Prinzip im Hinblick auf eine Verteilung und einen Ausgleich beschreibt im Kern die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Eine berechtigte Verteilungsfrage im Zusammenhang mit der Erfüllung von Grundbedürfnissen und der sozialen und kulturellen Bedürfnisse in einer Gesellschaft. Ungleichheit, Vermögensverteilung, die damit verbundenen Bildungs- und Entwicklungschancen, Befriedigung der Grundbedürfnisse, Inflation und die Auswirkung auf die jeweiligen Individuen, die Schere zwischen armen und reichen Menschen, die damit verbundenen Möglichkeiten, Chancen und Risiken der einzelnen Personen, sind weiterhin sehr relevante gesellschaftliche Themen und haben gerade im Zusammenhang mit Corona und der Inflation eine noch höhere gesellschaftliche Relevanz. Was wir auf kurze und lange Sicht brauchen und was mögliche Lösungen sein könnten, um für mehr Ausgleich zu sorgen. Einen einmaligen Lastenausgleich von den reichsten 10% der Bevölkerung für die anderen Menschen in der Gesellschaft. Eine Entschuldung der verschuldeten Bevölkerung in Deutschland. Eine Art Maxilohn, Maßlosigkeit und nicht mehr nachvollziehbare Gehälter sind keine gute Eigenschaft für eine solidarische Gesellschaft. Es muss faktisch immer immer schwerer werden, immer reicher zu werden und immer mehr Vermögen bei sich zu konzentrieren. Teilen und helfen ist sexy. Es soll und darf natürlich Unterschiede geben, keine Frage. Wir brauchen einen gesellschaftlichen oder gesetzlichen Mechanismus, dass sich Vermögen nicht zu stark bei einigen wenigen Menschen konzentriert, sondern dass es immer wieder für eine gewisse Gleichmäßigkeit sorgt. Eine unbegrenzte, progressive Be- und Entlastung der Einkommen und Vermögen je nach Situation. Ein Mindestlohn mit einer automatischen Erhöhung gekoppelt an die Inflation. Jeder, der in Deutschland Vollzeit arbeitet, muss aus meiner Sicht mindestens 2000 Euro netto verdienen, um sich einigermaßen etwas aufzubauen, leisten zu können und möglichst nicht in die Verschuldung zu geraten. Damit verbunden ist dann natürlich auch wieder weniger Stress, weniger Druck, mehr Sicherheit und somit auch mehr Lebensqualität. Wir brauchen ein einfaches, gerechteres und nachhaltigeres Steuersystem, welches zum Beispiel für diesen Ausgleich sorgt. Siehe dazu mein Video in der Infobox. Wir müssen viel, viel mehr über diese Themen sprechen und diese wissenschaftlich begleiten, zum Beispiel durch eine Vermögens- und Reichtumsforschung. Es gibt ja einen jährlichen Armutsbericht der Bundesregierung, aber zum Beispiel viel zu wenig Reichtumsforschung. Wir brauchen ein gesellschaftliches Leitbild, welches eine Kultur des Teilens und Gebens fördert, keine Neiddebatten oder Verteilungskämpfe. Viel Geld zu haben, sollte nicht der Maßstab in einer Gesellschaft sein. Vielmehr ein glückliches, kooperatives Miteinander, wo die Individuen möglichst frei sich entfalten können und wo die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Wir brauchen eine grundsätzliche Veränderung oder Verbesserung des Kapitalismus hin zu einer humanen, nachhaltigeren Gebrauchswirtschaft oder neu definierten Sozialwirtschaft. Wenn du dir auch eine solidarische Gesellschaft wünschst und du viele Dinge im Kapitalismus kritisch siehst, dann fang an, im Rahmen deiner Möglichkeiten zu handeln. Beschäftige dich mit dem Thema. Unterhalte dich mit anderen darüber. Kontaktiere Abgeordnete und Personen in Verantwortung. Werde auf deine Art und Weise aktiv. Die Menschen, die nicht von diesem System profitieren und unter dem System leiden, sind die Mehrheit. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Gesellschaftliche Veränderung ist ein Prozess, dauert und fängt bei jedem Einzelnen an. Wenn sich die Mehrheit für ein besseres, faireres, nachhaltigeres und humaneres System einsetzt, dann werden wir das auch bekommen. Die Frage ist nur, wann. Humanistische Grüße. Meinungistische Grüße. Vielen Dank.